So viele Schlachten wurden im Laufe der Jahre geführt. Und doch war keine wie diese. Ist es uns bestimmt, uns gegenseitig zu vernichten? Oder können wir uns ändern und verbünden? Ist die Zukunft wirklich vorausbestimmt? Mutanten, wir alle stehen kurz vor der Vernichtung. Du musst in die Vergangenheit zurückkehren, um diesen Krieg zu beenden, bevor er beginnt. Nutzen Sie Ihre Macht. Bringen Sie die X-Men zusammen. Das können wir nur gemeinsam, Seite an Seite, in einer Zeit, in der wir weit voneinander entfernt waren. Du hast mir das Wichtigste genommen. Vielleicht hättest du härter dafür kämpfen müssen. Es gibt einen neuen Feind da draußen. Mutanten, ihr braucht eine neue Waffe für diesen Krieg. Ich weiß, was ich tun muss. Jetzt heißt es wir oder die. All die Jahre vergoldet, weil wir gegeneinander gekämpft haben, Charles. Ich habe viele sterben sehen, Freunde. Wir bekommen eine zweite Chance. Leite uns. Führe uns. Ich will eure Zukunft nicht. Wir hätten sie beschützen müssen. Du hast Angst. Ich erinnere mich. Ich will Wer finally. Ich will euch. Jetzt fühlst mich.